Deshalb solltest du beim Eis essen vorsichtig sein. In den letzten Tagen wurde ein sehr gefährlicher Giftstoff in einer Eissorte gefunden. Und wenn man diese Eissorte isst, kann man sogar... Also teilt es direkt an alle eure Freunde. Und wenn ihr noch YouTuber sehen wollt, die fast... Dann schaut jetzt in die Kommentare.